Heinrich Nui, Stern 27. Juli 1911 in Kevela, 24. März 2003 in Steinfurt, war ein deutscher Maler, Möbeldesigner und Architekt. Seine gestalterische Ausrichtung war geprägt durch die klassische Moderne. Nach einer Tischlerlehre studierte er am Bauhaus in Dessau bei Josef Albers, Vassilaj Kandinskay und dem Architekten Ludwig Mies van der Roy.